Die Flasche ist mir gefreut. Oh, die gibt es auch noch. Wen? Ich warte nur auf dich, ne? Die Rote. Die Rote gibt es auch noch, ja? Weil du natürlich auf den Start gedrückt hast. Wunderschön, wie ihr einen Schwanz in mein Gesicht drückt. Oh, nett. Ja, ne? Schon wieder so einen Schwanz in mein Gesicht. Können wir doch mal sagen, wie ein Katzenmast, ey. Oder Hunde. Oder Ratten. Oder Schlangen. Eine Schlange? Doch, Schlangen. Nee, Schlangeschwänze. Nee, das ist ja die ganze Schlange. Schlange hat noch keine Schwänze, oder? Mann, Flauschi, Bauschi. Lauschi, Bauschi. Jetzt quetsch ich sie halt ein unterm Tisch. Das ist mir auch wunderschön. Ich muss ja Autobahn. Nein, das möchte ich nicht. Ich brauch Wettlauf im All. Hab ich nicht. Das kriegst du nicht. Oh, what a beautiful day. La 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 la. Da ist die Rote Biao. Sie legt sich einfach frech auf meinen Schoß. Ich back morgen ne Biskuitrolle. Was machst du? Was willst du backen? Ich backe morgen. Warum? Ne Biskuitrolle. Warum? Hat jemand Geburtstag, oder was? Mit Füllung. Warum machst du das ohne Grund? Nö, ich hab Hunger. Und dann backst du? Hunger? Aber ich war doch viel zu faul. Ja. Ich hab doch schon seit Wochen Bock auf diese eine da, die man eigentlich nicht mehr kaufen kann. Und dann wollte ich die selber backen. Ja. Oh, scheiße. Ja? Hallo? Ja, und dann back ich dieselbe. Achso, okay. Dann back die eine mal selber. Hallo? Hallo? Ja, gut. Mach das. Unfassbar. Will auch backen, aber ich hab nie Lust. Wir werden uns so anstrengen. Ich will backen, aber ich hab nie Lust. Das ist echt ne tolle Mischung. Ja, ne? Ist doch wundertöfterig. Oh, shit. Wird geschlagen. Und schlagt zurück. Geht nicht. Wuhu! Wird mal motiviert klingen. Wenigstens sind wir jetzt nicht wieder alleine. Meinst du, wir verkacken da nicht alleine? Doch. Oder meinst du, die anderen schleifen uns mit durch? Wahrscheinlich eher weniger. Die sind genauso beschissen wie wir. Oh, ich bin durch. Klang das jetzt sehr überzeugend, dieses Harmonia, ne? Beobachtest du mich wieder, ne? Ja. Wundertöfter. Meinst du, ich schaff den Sprung? Oh, jetzt bräuchte ich nicht mehr beobachten. Oh, wir sind alle im Ziel. Oh, wir sind dritter. Finde ich ganz schön sexy. Eine 3. Aber da wird gleich eh eine 4 draus, ne? Ja. Oder was meinst du? Was? Meinst du, aus der 3 wird noch eine 4? Ne. Ich mag die 3. Ich auch. Die soll da bleiben. Ne, da kommt nix mehr. Ja. Dann ist ja mal gut. Ja, finde ich auch. Mizi, das wird warm. Da kommt nix mehr. Nein, da ändert sich. Oh, hä? Boah. Ich würde mal sagen, wir wurden eiskalt vernichtet. Ja, wir sind auf jeden Fall weit von hier. Oh, Mizi, du bist warm, du vibrierst und... Oh. Nein. Was? Liegt auf meinem Schoß und vibriert vor sich hin. Krass. Dinge, die du nur sagen kannst, wenn deine Katze hat. Ich hab nix Vibrierendes in meinem Schoß. Es ist lang und flauschig und rot, was da liegt und vibriert. Jetzt hat er jetzt bewegt, dass ich... Alter, was schluckst du denn laut? Das hab ich ja bis ins Frontzimmer gehört, ey. Voll schon 10 Minuten her, als ich geschluckt hab. Das war doch gerade eben, oder nicht? Du bist am Essen. Was machst du denn da? Ich hab die ganze Zeit geknistert. Ich hab die Flasche zugemacht. Hammer hart, warum? Oh, die Katze spielt jetzt mit. Nee, das ist auch nicht Wettlauf im All. Wo ist denn Wettlauf im All? Hab ich gegessen. Hammer. Katze, lass ich mir jetzt hier Unterstützung. Alter, diese Bananen. Auf mich anzuatmen. Ich hab Bananen, was für Bananen? Wie kommst du auf Bananen? Du doch nicht, die Miau. Die hat mich angeatmet. Nein, ich hab nicht meine Targo oder so. Ah! Stimmt, wenn wir hier rausfliegen, fliegen wir raus. Boah. Ich hab's endlich mal geschafft. Was? Zu verkacken? Nee, weiterzukommen. Oh, Wunder. Hey, wir sind direkt nebeneinander. Cool. Nee, darauf konzentriere ich mich eigentlich gerade gar nicht. Doch, ich schon. Hey, wie kommen die denn? Also, ich trau mich das nicht. Ich nehme die über die Platten vor. Nein! Anfänger. Komm, wir schmeißen Bananen runter. Oh, schade. Nicht erklappen können. Bin ich im Fokus der Bananen? Nee, sie wird mich jetzt versuchen zu vernichten. Nein! Bist du runtergefallen? Ja, ich würde runtergekegelt. Alter. Das Haus fragt sich auch nachher. Jetzt schreit der Boy da unten immer so. Dein linker Schenkel wird gekniert. Framebit ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Tatsache. Ja, wir haben locker. Ja, da kommen eh nie viele durch. Oh. Oh, Framebit. Oh, shit. Oh, mutig. Ah, locker easy. Ich bin jetzt keine Scheiße mit Botschaft dort eigentlich. Wie er jetzt einfach nervös werden muss. Weil alles an ihm hängt. Ja, echt? Und die Bluffer, Leute. Shit. Ja, und jetzt lauf, 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 la Was? Ich bin verwirrt. Kennst du das, wenn sogar die Verwirrung verwirrt ist? Bist du nur da? Ach, nö. Wie, du bist nicht mehr da? Ja, das habe ich in letzter Zeit verlaucht. Was? Ja. Was? Doch. Hä? Wem redest du? Was? Ich komme meine Nachrichten so spät bei dir an. Sag mal was. Was? Hallo? Was? Eins. Hi. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Wir sind jetzt wieder etwas synchroner. Etwas, ja. Ich weiß, wenn das Zelt jetzt wirklich etwas gebracht hat. Glaube ich irgendwie nicht dran. Jetzt gib mir doch mal gelbe. Digger. Du Assi. Entschuldigung. Entschuldigung. Turn around. I turn around. I turn around. I turn around. I turn around. Oh, das war ein grüner. Der bringt mir nichts. Komm, das schafft ihr. Ich glaube an euch. Zwei noch. Zwei noch. Ich habe einen. Haha. Oh, danke. Wir sind erster. Haha. Ich habe uns gerettet. Haha. Ohne mich hättet ihr das nicht geschafft. Oh, wir sind im Finale. Nein, wir sind im Finale. Nein, wir fliegen jetzt raus. Wir haben alle ein Disconnect oder sonst irgendwas. Boah, stell mal vor, ey. Ja, das wäre richtig mies. Jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich nicht wieder dieses Laufen da auf diesem Plan. Also, ich hasse das. Das, was wir gerade schon mal hatten, weißt du. Klieg ich direkt raus. Ja. Ich weiß schon, welches Finale auf uns zukommt. Zehenspitzenfinale. Ja, ne? Das war was anderes. Wir werden so hart verkacken. Nicht das, was wir brauchen, aber scheiß drauf. Wir werden so hart verkacken. Wir werden so hart verkacken. Oh Gott. Zusammen. Ja, und wie? Zusammenarbeiten. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Das hat gedehlt in einem sozialpädagogischen Beruf ab. Was ist das? Jetzt gedrückt. Okay, da geht's nicht lang. Genau, du merkst ja immer, wo wir waren. Oh. Okay, solange immer einer da ist, wo wir hingehören, ist alles frei. Geht's da nicht auch lang? Ja, schade. Ne? Wo einen in den Tod springen. Oh. Ich hab die Krone. Geil. Perfekt, ne? Wie still wir auch einfach waren. Geil. Wir haben gewonnen. Wir haben endlich mal gewonnen. Nach all den Jahren. Nach 2 Stunden und 34 Minuten. Ja, echt. Gewinnen alle beliebigen Schuhe. Wo weißt du das so genau? Tja, wir haben 23.09. Bisschen aufnehmen. Bisschen. Kennst du mich? Ich hab immer nebenbei am Laufen. Genau für so eine Fälle. Ich hab drei Kronen insgesamt bekommen. Cool, ne? Und ich hab ganz viele geklärt. Ich hab ganz viele geklärt.